Hallo 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 Oh, man darf hier nicht rein Und das hässliche Dingeln Ey Leute, geh mal hier rein Das heilt dich Das heilt auch Das heilt nur Nora danach Hüpf da mal rein Wann mal läuft der hinten rum, vergisst das Artefakt mit dir Ey, das heilt Du bist so schlecht, wann mal so schlecht Was? Du durfst da hinten rum, da hast du ein Artefakt nicht mitgenommen Ist doch schlecht Will ich sagen, ich glaube, jeder hat eine verkundet Erfahrung Oh, ich hab ein Level Also, ich hab immer ein Level, aber Oh, Deadpool Das ist eh nicht Deadpool Das ist Deadpool Das ist wohl eher Red Bull Aber das ist RB Leipzig Das ist eher Max Steel Das hat ein M auf der Brust Das Traurige ist ja Er vielleicht ist der Tabellenerster, ne? Ernsthaft? Ja Na, na, ne? Das ist eher Max Steel Das hat ein M auf der Brust Übrigens, dieser Gas Oh Das Gas heilt nicht Vergiss es, Pfandwa Das Gas ist das pure Kokain Das Gas da hinten heilt dich übrigens Ja, weil wir hier schrillen Ich überlebe das ständig Also, ist super Au Also, mir passiert nichts Gift Spaß Jawoll Wieder die verkackten Giftmonster Die Kackten Die Kackten Wuchsnutten Ähm Ihr seid so dumm, Leute Boom Danke Ich bin der Hardcore-Dude, Alter Ich mach das mitten im Kampf, Alter Hast du gerade Alben-Dudler getrunken? Alben-Dudler Alben-Dudler Du meinst, das ist Teufelsgeil Einer der wenigen guten Cyber Äh, cyberischen Ja, genau Österreichische Erfindungen Max Steel ist wieder da Oh Deadpool Das ist Max Steel, Alter Das ist Deadpool Da sieht doch kein D auf der Pro Da ist ein M1 Es ist mir doch egal, der ist rot ULTIP Hahahaha Ultima Däuber zur Fekung Also, wir sollten uns unbedingt nicht Entschuldigung, weil das Ultima Däuber Zerfickungskommando passt besser Ich wollte sagen, das Zerfickungsmanöver Aber das fickt man ja schon Ja Jetzt sind wir links HALT DIE SCHNAUZE HALT DIE SCHNAUZE HALT DIE SCHNAUZE Oh, so schön Merlo wär's nicht schlecht HALT DIE SCHNAUZE 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 Ich will nur von Idioten abgeben Wie kommst du denn da drauf? Ich spiele mit euch Hallo Das ist ein hochgebildetes absolut niveauvolles Du bist ein Kevin, Alter Das reicht mir schon viel Ein Volk Ein Volk Ein Volk Ein Schläge, Alter Ich liebe einfach Ich liebe einfach Die Ultima Datter von Kyra Der hat einfach den typen sperrenden Bauch und läuft einfach leider weißt du Weiter geht's Wieso funktioniert Sex? Ähm Sowas für deinen Job Deadpool Boop Äh, ne, please ist ja nicht bitte Äh Pardon? Also please ist schon bitte Aber nicht das bitte Meist du das bitte wenn du was nicht verstanden hast oder dann pardon? Ne, ich meine das bitte wenn man jemanden etwas gegeben hat Ach man, man kann nicht abkürzen, das ist schade Also da hinten Ja, dieses Spiel strömt eigentlich nur so von Alpha Wänden Aber es ist ein geiles Spiel dafür Ja, das ist doch wahr Ja, Alpha Wände sind ja nicht per se schlecht Es ist halt einfach so Es ist halt einfach so Ich weiß nicht, das Spiel ist einfach so Das macht wenigstens Bock am Hack'n'Slay, Alter Mhm Oh ja Also ich bin auch eigentlich nicht so der große Fan von Hack'n'Slay, ne DMC sag ich nur, äh DMC ist aber gar nicht Ich hasse DMC, dieses Spiel Das neue oder das alte? Äh, 5 Achso das mit, mit deinem jungen Dante Ja, 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 ja Mehr laut Ja Ey, guess Mehr laut Haben vorbeigehüpft, haben wir Haaa Habe ich den jetzt nicht gesammelt? Nein, müssen wir vorbeigehüpft Wir haben nur rumhüpfen wie so Kandickel, ey Der Hase, Alter Warum das Big Mama? Big Mamas Haus, Bitch Ey Wann weißt du, du bist eine Welle, ne? Was? Du bist eine Welle, Wann weißt du? Ich seh's Ja, ich hab dich sagt, das liebe ich jetzt schon, weil das weiß ich nicht was Ja, ja Ich bin dort Ich hab erst gelesen, 17 Wellen, ne? Wär mal ein bisschen Ich bin dort Alles klar, 17 Wellen Ja, kann man auch machen Ultimodus, alles los Pussy Modus Ja, schon weglaufen Das ist ja der Nada Modus Also der Pussy Modus Aber ist ja dasselbe Das ist wieder Max Steel Ja, das ist Deadpool Ja, das ist Deadpool Das wär nice Huch, was ist denn jetzt Lilus gewesen? Mein Weiner hat gerade irgendwie so ein Wodka getrunken Oh! Oh Mann Alter, ich wurde der Vierfach Gangbang Ist mir egal Tod ist Tod Schaut euch an, Boss Ja, genau Zu viel Äh, Craft Attack geguckt Nein Er hat zu viel Freedom Freedom Oder so Beziehungsweise zu viel Freedom Kann's auch übersetzen mit zu viel Petra Äh, Paluten Ja, gut Paluten Ja, der macht das doch Selbst wenn der irgendwie so ein Let's Play über Keine Ahnung Barbie World macht, der würde doch Werbung für Frieden machen Pam Pam, Pam, Pam Was ist hier los? Äh I need A little bit Äh Bist du dir sicher diese Tat zu machen? Ja So frage ich dreimal nach wie bei Claptop bei Puri Pre-Sequel Sie wollen Nora überleben, sind sie sich sicher? Ja Sind sie sich wirklich sicher? Ja, das ist Nora Die hält niemals in die Fresse Bist du dir wirklich, wirklich sicher? Halt die Schnauze Wurm 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 So wie heißt der erste Charakter in Äh, Iphigenia auf Taurus? Was? Wurm Nein, es ist gar nicht Iphigenia Ach verdammt Wurm Das ist das andere Buch von dem Wurm 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 Aloha Akputz! Aloha Akputz! Booms! Alles klar, zwei Gegner noch, wo sind die? Edi, ja da! Must du nachfragen, wer The tal? Muss die unbedingt nachfragen? Hey, wenn这么 Ding kommt, das wäre aber ziemlich ekelhaft! Das kommt zu ganz grün, Alter! Das kommt so ganz grün! Also wie bei Dir! Da kommen einfach die Chrystall-Ombone! Dein hartes Sperr, Manu! Mhm. Ich stell mir grad Penetration so vor. Aua, aua, aua! Oh ja, oh ja! Ähm... Ernsthaft? Mach auf, wenn du diese Scheiße das immer nach dem Wiederbeleben machst. Das nervt richtig hart. Dabei mach ich das nicht mal mit Absicht. Ja, ja, ja. Das ist, äh... Das kommt von ganz alleine, dass du, äh... Danke. Dass das kommt, ne? Weißt du, wir sollten so einen Counter einführen. Wie oft Nana stirbt und wie oft wir ihn nicht wiederbeleben. Dann würd ich, glaub, jetzt hätten wir ihn wiederbeleben. Ultiiiiiiiiiii! Ähm... Vor allem während der Ulti kann hier einfach jemanden wiederbeleben. Was ist das denn? Äh, Gettling, kann er? Ne, den Radwerfer. Äh, was ist das denn? Super! Ne, das ist, das ist wirklich ein Max-Stil, alter. Ähm... Da fuck? Hallo? Geil, ist es zwei Leute gleichzeitig wiederbeleben? Ne. Aber du hast kurz aufgehört, wieder zu überleben. Da muss ich mal. Weißt du. Alter, die Nerven! Richtig wie Gettling Bitches! Das ist halt schon dezent, ne? Boom! Ja, ja, immer diese Kack-Noop-Tuber, ne? Bitte? Ich würd's ja ein bisschen feiern, ne? Wenn die bei CSGO irgendwie so einen Granatwerfer einbauen würden. Ich gehau dir so ne Kack-Noop-Tuber. Ne Panzer! Bekommen zu Battlefield! Ich glaub mir, es gibt... Will du genügend Leute geben, die es nutzen? Wow, das ist das Level. Mhm. Das war ja jetzt nicht so. Geben Minuten, alter. Das geht halt, ne? Boah! Gut! Ihr habt nicht mehr Maximall-Level erreicht, ihr könnt ja auch mal schämen gehen. Oh ne, warte, es geht noch weiter. Oh. Oh. Special. Wollen wir das noch weitermachen? Tu-du-du-dum-dum... Ich würde das schon wieder그in. Wir machen das in der nächsten Folge. Tschüss...